Oder ihr habt noch besser, sie gehen gleich direkt zum Fernsehen mit dem Foto. Sie nehmen jetzt das Foto, gehen zum Fernsehen, sagen einen schönen Gruß und ich verlange, dass dieses Foto heute Abend in den Nachrichten gesendet wird. Mit folgendem Text. Bitte Spaßl, komm heim. Machen wir alles, aber zuerst tun wir mal Fieber müssen.